Wenn ich länger fort war und komme heim mit der Bahn, da sprechen Stationen mit besonders stark an, wenn es Salzburg heißt, Linz und Amstetten, St. Böten, dann steigt es so frei auf, wie sonst nur ganz selten. Ich grüße Rägerwind in der Lenkburg Hawaii und kann im Moment gar nicht gegner sein. Dann Burgersdorf Gablitz und Maria Brunn, auf Hüterdorf Hacking, da scheint noch die Sonne, und Baumgarten Benzing und von drüben gar nicht weit, gleich Domenikirchen von Obersankt Pfeil.